Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn ich mich in die Opferrolle begebe, wenn ich ein Opfer bin, wenn ich in der Opferrolle bin, bereit bin, mich dahin in diese Dimension zu bewegen, dann gebe ich damit ganz viel Kraft an die andere Seite. In dem Augenblick, wo ich davon überzeugt bin, dass ich ein Opfer bin, dass der andere, die anderen, dass die Welt, dass das die Bösen sind, in dem Augenblick habe ich keine Kraft mehr. Ich gebe meine Kraft an die andere Seite. Wollen wir das? Das ist die Frage. Will ich das? Will ich in der Opferrolle sein? Wir haben schon oft darüber geredet. Es gibt Menschen, die sind glücklich in der Opferrolle, weil eine Opferrolle, Opfer zu sein, hat auch immer Vorteile. Absolut. Alles, was ich bin, alles, was ich tue, hat Vor- und Nachteile. Auch Opfer zu sein, hat manchmal Vorteile. Denn ich brauche dann nicht die Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Tun. Ich brauche nicht genau hinzuschauen für das, was ich tue. Ja, einige sagen ja, aber ich tue immer das Richtige. Ich bin ein sehr guter Mensch. Und trotzdem bin ich immer ein Opfer. Die anderen tun mir immer Böses. Und manche gehen dann sogar noch so weit, dass sie aus dieser Opferrolle heraus auch noch verurteilen. Ja? Sie anfangen zu verurteilen. Ich habe es immer gewusst. Ich habe es immer geahnt. Na siehst du? Ich habe dir gesagt, so sind die Menschen. Ich sehe es. Jetzt wieder. Seht ihr? Guckt mal. Wieder. Wieder passiert mir das. Wieder passiert mir, meinem Kind, wer auch immer. Wieder passiert uns das. Die böse, böse Welt. Die bösen, bösen anderen. Ich, armes Opfer. Opferrolle und damit zusammenhängend, weil das geht ganz oft zusammen, ja, wenn ich Opfer bin, dann sind die anderen die Bösen. Und dann schaue ich natürlich auch hin, genau. Dann kann ich mich auch ins Bett legen und weinen und sagen, wir sind so gut, ich bin so gut und die anderen sind so böse und ich bin so ein armes Opfer. Ich sehe das manchmal übrigens auch hier im Kanal, auf dem Kanal, in einigen Kommentaren, wo einige Zuschauer schreiben, sie wollen uns das und das antun und das und das und das Böses passiert und ich kann, wir können eh nichts tun, ja. Ich kann eh nichts tun. Wenn ich schreibe, wenn ich sage, wenn ich denke, dass ich eh nichts tun kann, ja, dann kann ich direkt, dann brauche ich überhaupt nichts mehr zu tun, denn dann ist mein Leben eigentlich vorbei. Denn dann habe ich, damit sage ich ja dann, ich habe keine Macht, ich bin keine starke Seele, ich bin keine starke Person, ich lasse mal alles mit mir passieren. Ich suhle mich jetzt in meine Opferrolle, in meine Opferrolle. Und aus dieser Perspektive heraus verurteile ich die anderen. Und dann, wenn ich anfange, wenn ich in dieser Energie drin bin, die Energie des Opfers und damit dann die Energie des Verurteilens, da finde ich natürlich dann ganz viel hier auf dieser Erde, dann wird der Berg der Gründe, weshalb ich ein Opfer bin, dieser Berg wird immer größer. Und ich finde immer mehr Dinge, die mir nicht gefallen und immer mehr Dinge, wo ich sagen kann, das ist alles schlimm, das ist alles gemein. Das Land, in welchem ich lebe, ist ein fürchterliches Land. Denn schaut euch hin, es gibt immer noch viel zu viele Hartz-IV-Kinder. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen, denen es nicht gut gibt. Boah, und es gibt auch ein paar Superreiche, die überhaupt nichts teilen wollen, ja, die vielleicht in Düsseldorf auf der Kö einkaufen gehen, in ihrem Porsche. Das ist ungerecht. Die Welt ist ungerecht. Ich bin ein armes Opfer. Ich kann das nicht ändern. Und das alles in unserem, in meinem, in meinem Deutschland, das müssen wir ändern. Wir müssen gerecht sein. Ja, wir müssen alle gleich, alle gleich. Wir haben schon oft darüber geredet, in vielen Videos. Diese Erde ist nicht gerecht. Aber es ist nicht meine Aufgabe, die Welt zu retten und für Gerechtigkeit zu sorgen. Meine Aufgabe ist es, aus meiner Opferrolle rauszukommen und wirklich anzufangen, die Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Die Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Tun. Wenn wir ganz ehrlich sind, wirklich ganz ehrlich, ganz tief ehrlich in uns hineinschauen. Ja, wir lügen uns selbst. Wir lügen den ganzen Tag. Jeder von uns lügt. Jeder von uns lügt. Und lügt sich selbst vor allem Dingen die Hucke voll. Das ist das allergrößte Problem, was die meisten Menschen hier auf dieser Erde haben. Wir lügen uns selbst etwas vor, weil wir uns selbst, wir machen uns selbst etwas vor, weil wir uns selbst vormachen wollen, dass wir die Menschen sind, die wir vielleicht gerne werden wollen, die wir vielleicht gerne sein würden. Aber wir sind es noch nicht. Ganz ehrlich sein zu mir selbst. Das ist der allererste Schritt und es ist der allerschwierigste Schritt. Und ja, es funktioniert auch nicht an jedem Tag, weil jeden Tag haben wir neue Herausforderungen. Und jeden Tag ist die Dunkelheit wieder da, die uns immer wieder piekst und piekst und piekst und sagt, nein, du bist der beste Mensch hier auf dieser Erde. Du machst überhaupt nichts falsch. Die anderen sind die Bösen. Freu dich, suhl dich in deiner Opferrolle. Die anderen Bösen. Und ja, wenn ich in der Opferrolle bin, wenn ich tief, tief, tief in meiner Opferrolle rinstecke und alle Macht damit den anderen gebe, dann bewege ich mich auch so durchs Leben. Dann bewege ich mich auch so durchs Leben. Alles, was ich tue, alles, was ich tue, jede Handlung, die ich tue, wenn ich mir morgens Kaffee mache, alles, was ich tue, hat einen Effekt. Ursache und Effekt. Auch da reden wir hier sehr, sehr oft darüber. Und wenn ich Dinge nicht tue, auch dann hat das einen Effekt. Immer hat es einen Effekt. Immer. Egal, was ich tue. Und ich kann auch, ja, ich kann mir selber auch vormachen, dass ich zehn Dinge tue, wo ich helfe, wo ich Gutes tue, wo ich lieb bin zu anderen, wo ich auch teile. Und dann tue ich drei Dinge oder auch nur ein einziges Teil, was nicht gut ist. Vielleicht sogar aus meiner Opferrolle heraus gedacht, dass das das Richtige ist, wo ich vielleicht auch jemandem mit schade, ja, kann sein. Und dann aus dieser Opferrolle gedacht, pah, das ist richtig, was ich tue. Denn diejenigen sind auf der Sonnenseite und ich bin auf der Opferseite, auf der dunklen Seite. Geschieht Ihnen recht, wenn ich das und das tue oder nicht tue. Werden Sie schon sehen. Es ist ungerecht. Denn ich bin in der Opferrolle. Ja, das ist ungerecht. Und wenn ich dann zehn Dinge tue, die ganz wunderbar sind und ein Teil tue, was mich zurückbringt in diese Opferrolle, was ich aus der Opferrolle heraus tue, oder vielleicht sogar aus Bequemlichkeit oder was auch immer, dann wird auch das einen Effekt haben auf mein Leben. Und dann kann das, wenn ich wirklich tief in diese Opferrolle stecke, kann das dafür sorgen, dass es meine Opferrolle noch verstärkt. Seht ihr, ich habe es gewusst. Ich wusste es immer. Diese Regierung ist böse. Die wollen uns was Böses. Guckt mal, wo wir jetzt sind. Boah, und die bösen anderen. Die bösen anderen. Wir lassen uns spalten vom Teufel. Wir lassen uns spalten. Es gibt keine bösen anderen. Wir sind alle Teil des großen Ganzen. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Auch wenn mir derjenige überhaupt nicht gefällt. Wenn mir nicht gefällt, wie er oder sie aussieht, was sie tut. Alles an dem Leben, an dieser Person. Sie ist mir unsympathisch. Auch das kennt ihr, ne? Ihr lernt jemanden kennen, ist euch unsympathisch. Trotzdem liebt eure Nachbarn so wie euch selbst. Die allergrößte Aufgabe, die wir haben, liebt den Nachbarn, den ihr nicht ausstehen könnt, so wie euch selbst. Und ich weiß, hier sind jetzt wieder einige, die sagen, mein Gott, das ist aber, mein Gott, das ist aber eine große Aufgabe. Die will ich überhaupt nicht übernehmen. Ich will den überhaupt nicht sehen. Es ist eure eigene Entscheidung. Es ist eure eigene Entscheidung. Aber bitte, bitte, bitte kommt aus dieser Opferrolle raus. Denn ihr gebt damit all eure Kraft, all eure Macht, all euer Power, die Power eurer Seele, gebt ihr damit der anderen Seite, der dunklen Seite. Ihr gebt sie ab. Ja, natürlich, im täglichen Leben gebt ihr damit auch die Power an die andere Person oder die andere Partei oder was auch immer. Aber letztendlich gibt das Opfer seine Power an die andere Seite. Und jetzt sagen einige, ja, aber manchmal bin ich doch wirklich Opfer. Wenn jetzt ein Unfall passiert und ich bin nicht schuld und, und, und. Wenn ich in einer solchen Situation bin, in, ich sag mal, so eine passierte Opferrolle, dann ist es unglaublich wichtig, dass ich nicht in der Opferrolle bleibe, sondern, dass ich sage, es ist passiert, jemand anders hat mir etwas angetan, aber ich bin stark. Ich kann das hier, das kann ich, das kann ich schaffen, das kann ich, da kann ich mit umgehen. Ja, mit dem Schaffen haben wir ja auch schon Videos darüber gemacht. Manchmal will ich etwas schaffen und es klappt trotzdem nicht. Es kommt aber auf die Motivation drauf an und es kommt aus der Position, aus der ich handle. Darauf kommt es an. Jede Aufgabe, jeder, der über meinen Pfad läuft, alles, jede, jede Auseinandersetzung, jede Herausforderung, jedes ganz Schlimme, was mir passiert, hat einen Grund und ist letztendlich ein Geschenk, ein großes Geschenk vom Schöpfer, denn es sorgt dafür, dass ich wachsen kann. Manchmal dauert es etwas länger, bis dieser Groschen fällt bei uns, bei jedem von uns, bei mir auch. Und wir fragen uns auch, ist das richtig, ist es falsch? Es ist nicht so leicht, es ist nicht so leicht, aber dafür sind wir hier. Das Leben ist nicht leicht, es ist volle Herausforderungen. Und keiner von uns übrigens will hier sein, keiner von uns, kein einziger will, sagen wir so, wir wollen schon, aber nicht gerne. Wir müssen, weil wir uns damit etwas Gutes antun. Insofern sind wir alle sehr, sehr, sehr starke Seelen, sonst wären wir nicht hier. Jeder von uns will hier lernen und wachsen. Und deswegen schicke ich euch oder wünsche ich euch ganz viel Kraft, ich schicke euch ganz viel Kraft und wünsche euch einen sehr wundervollen Tag und danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich schicke euch ganz viel Kraft.